Schönen guten Morgen, hier ist Ihr Weckerteam am Mittwoch. Schönen guten Morgen, wir sprechen Stefan und Simon aus der Bergheingasse in Wien und wir wollten dem ganzen Weckerteam und Österreich einfach einen schönen guten Morgen wünschen. Danke. Sie rufen uns einfach nur an, um einen schönen guten Morgen zu wünschen, das ist alles. Nein, wir wollten eigentlich Werbung machen. Wir haben am Freitag unseren Tag der offenen Tür in der Bergheingasse im 13. Bezirk und wir machen unsere eigenen Chattens, unsere eigene Marmelade, unseren eigenen Wein und am Freitag kann man die Bergheingasse schmecken und das alles ausprobieren. Ja, alles klar. Die HLTW13 ist eine Tourismusfachschule und ihr macht wirklich euren eigenen Wein? In der Schule direkt nicht, also wir bauen die Rebstöcke an, gemacht wird der Wein dann woanders. Wo wird er getrunken? Also in der Schule nicht, vielleicht am Tag eröffnet ihr vielleicht. 7.46 Uhr, Ihr Start in dem Mittwoch. Prost, mit Kaffee hoffe ich doch. Beziehungsweise gute Fahrt ist auch ein frommer Wunsch an diesem 16. Jänner.